V wie Verwaltung. Eine Verwaltung wie zum Beispiel unsere Stadtverwaltung ist per se auch nur eine Gruppe von Menschen, die arbeiten. Historisch gesehen wurden Städte früher von Ratsherren regiert, die, solange sie niemandem unterstellt waren, auch keine fremden Gesetze einhalten, keine demokratischen Grundrechte beachten mussten. Heutzutage müssen Verwaltungsmitarbeiter nicht nur für den Bürger da sein, sondern zudem noch mit Europa-, Bundes- und Landesgesetzen klarkommen und deren Einhaltung gewährleisten. Die Verwaltung ist außerdem für die Durchsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung gefassten Beschlüsse zuständig. Dabei ist zu beachten, dass von der Verwaltung zunächst einmal kein eigener politischer oder sozialer Wille ausgeht. Das bedeutet, dass in der Umsetzung von übergeordneten Gesetzen und Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung ohne Ansehen der Person völlig emotionslos agieren sollte. Besonderheiten wie soziale Aspekte oder die der Entwicklung der Gemeinde kommen nicht von der Verwaltung, sondern aus dem politischen Raum. Der politische Raum ist neben den Stadtverordneten noch der Bürgermeister. Generell ist der Bürgermeister für die Qualität der Arbeit der Verwaltung zuständig.